Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort auf justi.ch ein. Über Unternehmensprofil bearbeiten wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus. Im Bewerbermanagement haben Sie eine Übersicht über alle eingegangenen Bewerbungen. Der Button Musterbewerbung generieren dient dem Testen verschiedener Funktionen des Bewerbermanagements anhand der Musterbewerbung. Über Neue Bewerbung hinzufügen können auf anderen Kanälen eingegangene Bewerbungen manuell erfasst werden, damit die Bewerbung mithilfe des Bewerbermanagements weiter verwaltet werden kann. Über Zu Berufscheck einladen können Schüler zum Berufscheck eingeladen werden, auch wenn sie sich nicht über justi.ch beworben haben. Mit Filtern nach Lehrberuf, Typ usw. können Sie sich einen Überblick über die eingegangenen Bewerbungen verschaffen oder auch mit Vor- und Nachnamen nach Kandidaten suchen. Über den CSV-Export können Sie alle oder gefilterte Bewerbungen als Excel-Liste downloaden und für interne Auswertungen verwenden. Fahren Sie mit der Maus auf eine Bewerbung, um anhand der Icons weitere Bearbeitungen vorzunehmen. Lupe, um Bewerbungen anzusehen, Bleistift, um Bewerbungen zu bearbeiten, Haken, um den Berufscheck zu starten, Schnupperbericht zum digitalen Ausfüllen, Download, um die Bewerbung einfach herunterzuladen und den Briefumschlag, um eine Bewerbung weiterzuleiten. Mit den Statusoptionen rechts können Sie sehr einfach und zeitsparend passende Antworten an die Bewerber senden. Ändern Sie einfach den Status und passen Sie den Text vor dem Versenden Ihren Bedürfnissen an. Sofern Sie mit dem Kandidaten bereits über einen anderen Kanal kommuniziert haben, kann der Status auch über Keine E-Mail am Bewerber senden aktualisiert werden. So wissen Sie jederzeit, was der aktuelle Stand betreffend Ihrer Kandidaten ist. Leerstellenbewerbungen können über den Status Zusage, Absage und Absage durch Bewerber archiviert werden. Über das Notizfeld können Sie jegliche Notizen zu den einzelnen Bewerbungen hinterlegen. Doppelte Bewerber. Dieser Kandidat hat sich bereits einmal bei Ihrem Unternehmen beworben. Haben Sie nun noch Fragen? Unter Hilfe und Kontakt oder help.justi.ch finden Sie hilfreiche FAQs oder wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne.